Im Märzen der Bayer, die die Schale gewinnt, das ist etwas früh, selbst für Bayern das stimmt. Die haben mit Pepp und Akribisch trainiert, da Sammer mag, Kammer, Masin, wohin's führt. Der Götze, der Müller, die dürfen nicht ruhen, sie haben mit CL und Pokal noch zu tun. Sie dubeln, sie trippeln, oblautern Madrid, sie freuen sich, wenn alles so bayerisch aussieht. So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei, da erntet der Bayer von März bis zum Mai Trophäen, Rekorde und Titel zuhauf, aber ich bin ein Schalker und bleibe das auch. Ja, dann kommt die Zeit auf die Schalker und ich bin ein Schalzer. Ich bin ein Schalker, der im Galen haben, die Zeit, der sich auf die Schalker auf den Siehst, wie Siehst, dass die Schalker in der Tür ist.